Wir stehen jetzt hier in einem leeren Stadion. Seit Monaten tut sich nichts. Sie haben ja auch immer gesagt, vor leeren Rennen kann man sozusagen nicht spielen. Wie nehmen Sie dann so die vorläufige Entscheidung von gestern Abend auf? Also ich glaube, es ist eine vernünftige Entscheidung. Wir sind in politischer Situation, die für ganz Deutschland angespannt ist. Und ich glaube, mit der Verlängerung des Lockdowns und auch der Entscheidung der letzten Tage hin und her, gibt es momentan keine andere Möglichkeit, dazu zu entscheiden. Oder es wird ja so entschieden werden, dass die Saison abgebrochen wird. Und ich glaube, es ist für alle Seiten die vernünftigste Entscheidung. Sportlich gesehen natürlich eine sehr traurige Entscheidung. Trotzdem steht ja immer noch was an. Der Landespokal muss ja irgendwie weitergespielt werden. Gibt es da schon Signale? Also es gab Gespräche auch mit uns vom Landesverband, was unsere Vorstellungen, unsere Ideen wären oder was unsere Gedanken dazu sind. Man ist in der Situation, dass ja im Landespokal verschiedene Ligen vertreten sind. Einige können momentan trainieren, einige können nicht momentan, können nicht trainieren. Wir wollen sportlich lernen auf jeden Fall. Das wäre uns sehr wichtig. Und dass wir den Landespokal gewinnen wollen, ist, glaube ich, selbstverständlich. Das geht im DFB-Pokal. Dass das für uns auch noch eine große Einnahmequelle ist, ist logisch. Und sportlich gesehen für die Jungs immer eine Riesenmotivation, im DFB-Pokal zu spielen. Sie sprechen da schon ein gutes Stichwort an. Einnahmequelle, umso mehr brauchen wir gerade das Finanzielle. Seit Mitte Dezember sind Sie jetzt Präsident. Sie haben ja auch erst mal wirklich sich die ganzen Finanzen angeguckt. Welche wirtschaftliche Bilanz können Sie jetzt schon ziehen? Also wir haben im Dezember mit dem neuen Präsidium und mit dem Verwaltungsrat ein Mammutprojekt übernommen hier. Ich muss aber auch sagen, dass wir in den letzten Monaten toll gearbeitet haben. Wir konnten einige Dinge erwirken, einige Dinge umsetzen. Die Geschäftsstelle hat toll mitgearbeitet und sind auf einem guten Weg, den Verein da solide wieder aufzustellen. Die Geschäftsstelle ist ja auch so ein kritisches Wort, sage ich mal. Ist Ihnen garantiert nicht leicht gefallen. Die Entscheidung, viele Mitarbeiter mussten ja gehen oder wurden andersweitig ja quasi verlagert. Wie schwer ist diese Entscheidung gefallen? Es ist schon eine schwierige Entscheidung. Die Jungs und Frauen, die gehen mussten, waren noch viele Jahre hier gewesen. Haben wir für den Verein gebrannt, haben für den Verein viel gemacht und auch gelebt. Aber ich glaube, im Sinne des Vereins war es die richtige Entscheidung. Und wir als Gremium sind froh, dass wir den Leuten, die den Verein nicht mal verlassen mussten, aber eine Perspektive geben konnten. Aber klar, so eine Entscheidung fällt immer schwer. Nun gibt es ja wahrscheinlich noch ein paar mehr Einsparpotenziale. Sehen Sie noch irgendwelche Optionen, die man eventuell auch noch ziehen kann in nächster Zeit? Also bei so einer Kostenklausur und so einer Überprüfung in einem Verein oder in einem Unternehmen muss man alles betrachten. Wir gehen momentan wirklich alle Kosten durch, die es aktuell gibt und wo noch Einsparungsmöglichkeiten da sind. Aber immer in dem Spagat. Wir wollen das sportlich natürlich nicht vernachlässigen. Großer Klotz ist ja nach wie vor das Stadion der Freundschaft. Da machen Sie auch kein Geheimnis drum. Das war ja auch schon in den letzten Jahren so. Da laufen ja aktuell die Gespräche. Kann man da vielleicht schon was dazu sagen? Also wir wollen uns auch nach außen zurückhalten. Ich kann nur sagen, wir sind wirklich in guten Gesprächen. Rennen da offene Türen ein. Dass man uns helfen möchte. Das muss natürlich für beide Seiten immer passen. Wir sind da gemeinsam dran, Lösungen zu erarbeiten und Lösungen zu finden. Und hoffen, dass wir da auch irgendwie zeitnah eine Lösung finden werden. Schauen wir nochmal schnell auf die Fanseite. Wenn es natürlich Einsparungen gibt, wird man das natürlich eines Tages auch wahrscheinlich auf der Fanseite merken. Kann man da schon was dazu sagen, dass sich da vielleicht irgendwas reduzieren wird? Also auch da müssen wir leider prüfen, was nächstes Jahr noch möglich ist. Einfaches Beispiel, das Stadionhöfters Echo. Das ist, ich sage mal, 40 Seiten und Hochglanz gedruckt. Ob das für den Viertligisten angemessen ist, kann man in Frage stellen. Und so gucken wir alle Dinge, auch kleine Dinge an, wo man da an kleinen Stellschrauben was reduzieren kann. Und da die Kosten zu sparen. Wollen aber trotzdem auch für die Fans einen gewissen Service aufrechterhalten. Nun ist es ja auch so, viele Sponsoren glücklicherweise haben Energie immer die Treue sozusagen gehalten. Nun wirkt sich da natürlich auch Corona aus. Gibt es da positiv wohl auch eher negative Signale? Also erstmal gibt es nämlich nur positive Signale. Wir sind sehr dankbar, wie die Sponsoren reagieren. Wie die Sponsoren auch jetzt in die Gespräche mit uns reingehen. Es gibt Sponsoren, die haben sogar das Volumen erhöht. Da sind wir sehr, sehr, sehr dankbar. Gehe noch mit Respekt mit den Sponsoren um, die durch Corona wirtschaftlich sehr betroffen sind. Wenn ich nur die Hotelbranche oder die Gastronomie sehe, die ja seit über einem Jahr stark gebeutelt sind. Dass die nicht im gleichen Ausmaß mehr da Sponsoren geben können, ist auch völlig logisch. Aber auch da muss ich echt den Hut ziehen. Da gibt es Sponsoren, die in dem Maß, wie es irgendwie geht, uns weiter unterstützen. Da sind wir als Cremium, als Verein mehr als dankbar. Also man blickt ja jetzt logischerweise auf die neue Saison, weil die ist ja abgehakt. Es gibt bei Ende Korpus auch wieder einen sportlichen Leiter, Maximilian Zimmer. Wie ist da die Entscheidung gefallen zu Ihnen? Also es gab eine große Auswahlrunde. Wir hatten eben einige Leute angesprochen, einige Leute haben auch uns angesprochen. Wir hatten unsere Rahmenbedingungen, unsere Kriterien, wen wir haben wollten. Was er mitbringen muss, er sollte den Verein idealerweise kennen. Er sollte sich im nordostdeutschen Fußball sehr gut auskennen. Sollte so einem Verein auch charakterlich passen. Und haben uns jetzt endlich für Maxi Zimmer entschieden. Und ich kann nur sagen, er hat für den Verein gebrannt. Er hat sich damals in diesem Verein und dieser Region verliebt. Und hoffen, dass er jetzt uns helfen kann, wieder in ein anderes sportliches Pferden zu kommen. Das Schöne ist ja, er brennt ja wirklich für die Region. Alle Korpuser kennen ihn. Dirk Lautner ist ja auch einer, der definitiv Fußball liebt. Nun ist er ja schon sehr, sehr erfahren. Maximilian Zimmer steht zumindest bei dieser Karriere noch ziemlich am Anfang. Passt das trotzdem so zusammen? Ergänzt sich vielleicht sogar ziemlich gut. Den Erfahrenen und den Jungen, ja, was ich denke, es kann passen. Aber wir sollten jetzt auch den Druck nicht zu hoch machen. Er muss jetzt anfangen. Die nächsten Wochen und Monate werden zeigen, was dabei rauskommt. Ich wünsche, dass man in Ruhe arbeiten kann. Und dass man gemeinschaftlich, sportlich wieder Erfolg hat. Was wünschen Sie sich denn von der neuen Mannschaft? Welche Impulse müssen da noch kommen in der neuen Saison? Wir brauchen eine Mannschaft, die für diesen Verein lebt und brennt. Die auf dem Rasen zeigt, dass er was zurückgeben möchte. Dass er irgendwas zurückgeben möchte. Und idealerweise wollen wir natürlich auch in der Liga einen wortlichen Mitschritt mitdrehen. Es wurde auch immer wieder gesagt, so ein bisschen hat die Zukunft auch der Nachwuchs. Das Nachwuchsleistungszentrum wird weiterhin ausgebaut. Ist das definitiv eine Perspektive für Andy Cottbus, dass zukünftig noch mehr der Nachwuchs in den Fokus kommt? Also wir haben ein Nachwuchsleistungszentrum, das sehr, sehr gut arbeitet. Wir haben eine Sportschule hier in Cottbus. Wir werden thürich, das nicht zu nutzen. Und sollten natürlich versuchen, den jungen Spielern ein U19, U17 Sprungbrett zu bieten. Und das ist das Schönste, wenn man die Spieler selber ausbildet und dann im eigenen Stadion spielen sieht. Nun kann man ja in dieser aktuellen Zeit wirklich nicht wirklich Ziele prognostizieren, wie es weitergeht. Haben Sie trotzdem einen Wunsch, einen Ausblick, wie es mit Andy Cottbus in den nächsten Jahren, wenn wir schon mal so weit gucken können, weitergehen soll? Also ja, das ist glaube ich noch ein bisschen zu früh. Erstmal haben wir einen sehr kurzfristigen Wunsch, dass wir ab 1.7. ab der neuen Saison wieder mit Zuschauern spielen können. Auch für unsere Spieler ist es das Schönste, im Stadion aufzulaufen, dass Zuschauer da sind und nicht im leeren Stadion spielen zu müssen. Für den Verein ist es natürlich wirtschaftlich wichtig, dass wir unter Zuschauern spielen. Und dann hoffen wir, dass wir einfach nächstes Jahr wieder eine Truppe haben, die schlagkräftig ist und dass wir sportlich was machen können.